Hey, hey! GameCat hier! Willkommen zurück! Joa, was geht denn hier ab? Level 15? Noch nicht ganz, aber fast. Hey ihr, ich brauche etwas Hilfe, um meinen verschwundenen Entwurf wiederzubekommen. Ja, das kriegen wir hin. Ah, für Kids? Na klar. Ich wusste, dass ich jemanden gehört habe. Hey da, eure Hoheiten. Jemand hat meinen Entwurf für meine Schnurrperrüstung gestohlen? Oh, Bücher. Ich muss ihn zurückhaben. Vielleicht haben die Stadtkatzen in der City den Dieb gesehen. Fragt sie bitte für mich. Äh, okay, okay. Äh, du, Fragen. Miau, Hund, Hund! Ja, genau das Gleiche. Fuh, fuh, fuh. Sass. Sass. Ähm, ich habe nichts gestohlen. Ich bin nur ein Soldat. Fuh, fuh, fuh. Der Soldat wirft Katzenminze nach dir. Uh, das ist hart. Monster lieben Katzenminze. Falls du es nicht wusstest. Oh. Fuh, 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 fuh. Ich habe gelogen. Ich bin kein echter Soldat. Viel Spaß mit den Monstern. Evil, evil. Evil, evil. Evil, evil. Au. Siegreich. Hinterher. Sehr gut, sehr gut. Du, 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 du. Warte. Okay, jetzt aber. Fuh, fuh, fuh. Hört auf, mich zu jagen. Es ist zu spät. Mein Boss hat den Entwurf bereits. Haut ab. Hm. Fuh, 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 fuh. Dann fühle meine fellbare Macht. Das war's easy. Mua, fuh, fuh. Halte dich fern. Ich habe nichts. Ehrlich. Ich glaube, er lügt. Aber er hat was fallen lassen. Miau, 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 miau. Das Versteck ist in miau, 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 miau. Okay. Hier drüben, eure Hoheiten. Yo. Du gibst KitKat die Notiz. Hm. Ich muss dies entschlüsseln. Bis dahin, danke für eure harte Arbeit. Yay. Ich kann Informationen nur in der Schmiede im Katspital finden. Macht euch auf den Weg dorthin. Wenn ihr bereit seid, ruft mich. Aufgestiegen. Wir müssen doch ohnehin ins Katspital, oder? War das nicht so? Mir war zumindest so, dass wir... Äh, ja. Also wir bräuchten ne Brücke. Mal gucken wir mal. Äh, 99. Ich glaube nicht ganz. Yes. Dankeschön. Also das freut mich extremst, dass das funktioniert. Also dass er wirklich ein guter Heiler ist. Beziehungsweise jetzt aktuell eben auch ein guter Magier generell. Der Wettkampf ist sehr schwer. Du musst wirklich stark sein. Oh, das könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, welches Level brauchen wir denn? Wenn deine Stufe zu niedrig ist, versuche deine Rüstung und deine Waffe abzugraden. Level 18. Ja, wir kriegen das schon hin. Denk daran, du kannst diesen Auftrag stets abbrechen und es später erneut versuchen. Okay? Äh, ja, aber wir sollten das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber egal, wir versuchen es trotzdem. König Löwenardos Wettkampf. Folge dem Licht. Äh, okay. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Ähm, ist das denn besser als das, was wir jetzt gerade haben? Wahrscheinlich eher nicht. Was haben wir? Doch, es wäre besser. Wir haben... Okay, das ist ja schon mal etwas. Und... Hier haben wir auch ein besseres Magiergewand für dich. Ist aber schon, also ich meine, du bist ein guter Magier. Aber schutztechnisch bist du ein bisschen hinten... Hängst du hinterher ein bisschen. Äh... Folge dem Licht. Also, wahrscheinlich hier rauf gehen eigentlich, ne? Also, ich... Sehe das einfach... Oh, hallo. Okay. Also, Licht ist ja immer... Aber ich will ja auch wissen, was die anderen machen. Ja, die anderen mich nämlich... Ah, die führen uns immer direkt zum Anfang. Ja, okay. Gut, dann never mind. Ne, weil, weil nicht, dass die halt irgendwie alle uns Geschenke geben und so, ne? Und wir dann den vorbeilatschen. Aber wir können auf jeden Fall mal gucken, ob wir doch noch irgendwo rauslaufen können. Und ich glaube, das wäre der sicherste Weg, zu irgendwelchen Geschenken zu kommen. Vermutlich. Okay. Ähm, okay. Hier lang. Da ist ein Geschenk. Oh, 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 oh. Au. Gar kein Mahner dafür. Hm. Das ist schwierig. Hm. Können wir da schon ran? Oh, ein Niniya-Katana. Das klingt doch schon mal gut. Und wir müssten gar nicht gegen die Kämpfe. Wir können einfach dem Licht weiter folgen. Nehme ich an. Aber, oh, Eismagierstab. Das sieht super aus. Ich glaube, wir haben neue, neue Rüstungen für jeden von uns. Ich denke mal, das wird besser sein. Oh, was? Ist es nicht? Achso, nein, doch. Ist es. Ist es. Nein, ist es nicht unbedingt. Aber es sieht schicker aus. Wird genommen. Und das ist auch wieder nur so ein. Es tut einfach nichts. Es macht mehr Eismagie, was gut ist. Aber, nee. Also ich finde es nicht okay, dass die Magierstäbe so häufig so krass Schaden machen. Also an mir selber quasi. Danke. Kann ja richtig schnell genug weglaufen vor den Dingern. We are screwed. Just, just gonna say it right now. Dankeschön. Oh, what? Heal me, please. Ah, no. I died it. I died it. I died it. Das wird, glaube ich, nichts. Das wird nichts. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir sind halt auch verdammt schwach. Für diesen Auftrag, ne? Äh, wo ist denn gerade? Der Wettcamp ist sehr schwer. Ja, du wirst wirklich stark sein. Ja, ich weiß. Wir machen es aber, bitte. Wir machen das nochmal. Würdest du bitte da reingehen? Genau. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das ist immer noch nicht, ob man das überhaupt wirklich angreifen muss. Also zumindest bei dem Typen jetzt hier gleich, werde ich gleich versuchen, es einfach nicht zu machen und einfach weiterzurennen, weil ich bei denen einfach nicht sicher weiß, wie ich die angreifen soll, ohne halt selber direkt alles zu verlieren an Lebenspunkten. Kann ich tatsächlich nicht. Jo, direkt aufgestiegen. Sehr schön. Okay, und voll geheilt. Also, alles gut. Alles richtig gemacht. Weil das ist halt das Gute. Im Zweifelsfall können wir drin leveln. Ja, ein Splitter wartet. Ich weiß. Dass er unbedingt gleich noch drei Füchse haben muss, finde ich nicht okay. Ich muss ihn nochmal erwähnen. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Ich könnte Heilung gebrauchen, nur falls du es noch nicht gesehen hast. Ja, vielleicht nicht unbedingt, wenn du so weit weg von mir stehst. Au, au, ich bin direkt umge- mhm. Du kannst gar nicht ordentlich ausweichen, doch. Okay, kannst du. Oh, snap. Okay, komm mal hier rüber. Oh, ich verliere es auch wieder. Okay. Wie soll ich das anstellen? Gut, gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut. Oh, ich bin direkt wieder gestorben, wenn das Spiel mich einmal trifft, das direkt hin, ey. Okay, dann müssen wir, glaube ich, doch noch ein bisschen warten, bis wir das machen. Aber wirklich nur ein bisschen. Ich meine, wir könnten halt schon einfach ein bisschen unsere Ausrüstung verbessern. Aber... Das ist halt schon ziemlich teuer und so und so viel Geld haben wir gar nicht. Bist du grad gestorben? Woran? Auf weia! Ist nicht mein Tag heute. Nicht mein Tag. Welches Level ist das? 15, da können wir rein. Das schaffen wir. Novemberruinen. Möchte ich das? Tafeln suchen? Na sicher. Tja. Teste deinen Mut und unser Schatz wird dein sein. Alter! Ich wollte eigentlich gerade... Oh nein. Ah! Ah! Ich bin schon wieder gestorben. Ich komme! Steh auf! Nein! Hahaha! Ah! 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 Nein! Ich bin schon wieder! Ich werde sterben! Ja. Ach man! Ich kann heute nicht. Es ist nicht mein Tag. Es ist wirklich nicht mein Tag. Verdammt nochmal. Warte rein, ich will nicht nicht springen. Okay, ein Versuch noch und ansonsten versuche ich es morgen wieder, weil es ist nicht mein Tag irgendwie. Okay. Wir versuchen die nicht alle auf einmal anzulocken. Dankeschön. Keine Bewegung, wir heilen uns und du heilst mich. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern, dass du darin noch besser wirst, mich zu heilen. Das ist deine allerwichtigste Aufgabe, mich am Leben zu halten, kann ich dir sagen. Sehr gut, sehr gut aufgestiegen. Sehr gut aufgestiegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Hm. Okay, geschafft! Sweet! Der Schatz gehört dir. Super! Katzenminze-Bravo-Jacke! 126 Leben! Ja, das nehme ich glaube ich gerne. Gucken wir mal. Oh, macht aber überhaupt keine Rüstung. Aber ist vielleicht... Ich weiß es nicht. Kannst du ein bisschen besser was damit anfangen? Es macht nur plus... Also nur in Anführungsstrichen plus 3 Magie. Aber es gibt deutlich mehr Leben. Wobei ich aber auch sagen muss, dass du... ... eigentlich nicht unbedingt Probleme hast zu sterben. Also mit dem Sterben ich schon. Vielleicht tauschen wir dann einfach komplett. Ich habe eine Idee. Okay, lass auf. Ich nehme das da. Und du nimmst dann dafür diese Rüstung. Wenn es merkwürdig ist. Du machst es einfach so. Weil es sind nur plus 3. Damit können wir leben. Aber 11 Rüstung ist schon eine ziemlich ordentliche Sache. Könnten wir auch gebrauchen. Irgendeine Form von Rüstung. Aber... No. Okay. Okay. Ähm. Aber... Ich schau mal kurz... Theoretisch sind wir auch schon wieder am Ende. Aber wir haben jetzt so gut wie gar nichts geschafft. Deshalb... Machen wir mal noch... Machen wir ein kleines bisschen weiter. Sekunde. Okay, machen wir mal noch 10 Minütchen mit dran. Das ist halt auch... Hoppala. Da wollte ich überhaupt nicht hin... Äh. Dass wir halt auch ein bisschen vorankommen jedes Mal. Das ist ja auch ein bisschen, ne? Ah. Daran sterbe ich. Hm. Ja toll. Brauche ich aber schon ein bisschen Heilung. Wir sind immer noch ein Level zu niedrig. Tatsächlich. Ja. Na toll. Ah. Ich sag's. Es ist immer noch nicht mein Tag, ne? Es ist immer noch nicht mein Tag. Gucken wir mal in die Richtung. 17. Ja. Da wollen wir rein. Die machen wir noch. Und dann... Was ist das? Tafel untersuchen. Ja, ja. Test dein Mut und dein Schatz wird dein sein. Okay. Okay. Mhm. Ja. 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 Die müssen die ja möglichst immer hier irgendwie rüberschicken, wenn das was tut bei denen. Ja. 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 wieso kannst du dich auch noch schützen du bist doch stark genug der schatz gehört hier okay okay es ist schon level 6 ja gut dann soll er es natürlich wieder tragen weil das ist dann natürlich schon wieder ein bisschen sehr viel besser plus sechs ist schon ordentlich wozu habe ich eigentlich den hut an doch bringt mir ein plus zwei im kampf okay nicht ganz aufgestiegen das wäre mir natürlich lieb und wir brauchen endlich den goldenen schlüssel es macht mich total fertig level 20 nevermind natürlich super wie das hinkriegen ja ist geschafft hey gar nicht schlecht heil 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 ja level up level 18 ja jetzt sind wir aber stark genug na ich für brenn schon wieder ja okay wir versuchen es nochmal ja 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 bitte ich bin ich bin soweit also hilfst wahrscheinlich nicht aber wir sind ein bisschen stärker als vorher und wir haben einen coolen hodi also sollte das klappen lalalalalala so das ordentlich warum ich jetzt extra hier weggelaufen bin manche dinge machen halt einfach keinen sinn danke heil nicht mal also theoretisch müsste ich dich da einfach spielen ja super der computer kann die katze dabei auch steuern dass sie nicht getroffen wird naja nevermind ne wenn splitter wartet ich weiß aber ich fürchte der muss noch ein weiter warten natürlich dass sie lauf diesen wird Hmm. Wieder setzt. So, ja, na klar. Bei Feuer, ne? Nein, na! Heilong, Heilong, Heilong! Heilong, 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 Heilong! Jaaa! Endlich! Oh! Oh! Okay! Level 19! Wow! Okay! Und du? Achso! Ja, erscheint halt einfach! Ist okay! Du hast die kündigliche Kunst des Rollens freigeschalten! Okay! Rolle über deine Feinde? Also quasi einfach über die rüber und das fügt dir dann Schad zu? Das ist ja genial! Cool! Haha! Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool! Danke! Sehr gefährlich! Hm... Miau! Ihr Fellknäuel habt das wirklich geschafft! Ja! Da! Da hinten! Da sind die Bösen! Die Bösen! Warte! Was? Ein Drache hat den Splitter bewacht? Oh! Nun! König Fehlingard war selbst ein Drachenblut! Es ist also nicht überraschend... Aha! Ich weiß nicht, ob wir das sind, gewesen sind... Ähm... Aber es ist möglich! Ich weiß nicht! Wir hatten eigentlich keinen Namen, oder? Wir waren einfach nur das Drachenblut! Wir waren einfach nur das Drachenblut! Aber wer weiß! Äh... Es ist also nicht überraschend! Aber niemand hat einen Drachen seit dem Dracod-Vorfall gesehen! Ja! Okay! Dann spielt es tatsächlich sehr viel später! Hm? Es bringt nichts, sich jetzt darüber Gedanken zu machen! Machen wir uns auf den Weg zurück zu Kit! Jetzt! Da sind die Bösen! Hehehehe! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Böse! Yay! Aufgestiegen! Ich rolle dich einfach um! Das ist schon wieder zu interessant! Um es nicht zu tun! Dann speichern wir hier! Und dann sehen wir uns morgen entweder hier oder auf Twitch! Je nachdem wie du magst! Also bis dahin! Ciao! Bis zum nächsten Mal!